bau modus können wir irgendwie wende material stein ernsthaft ok so dann auch hin wir uns auf das kommen aber auch ein bisschen netter sagen ich habe es nicht gesehen bzw nicht so interpretiert jetzt haben wir problem kalkstein habe ich noch nicht so viel ok dann muss ich also mit der spitzhacke ganz schön was machen wir haben jetzt eine steinwand das soll es aber auch für heute damit gewesen sein so ich schaue mir an sind die schon irgendwas am ernten was ist das denn warum was so wegen dem haus was was nein das ist immer das war alles nicht so ohne oder ist das haus jetzt nicht fertig muss man das jetzt komplett als stein machen das müsste ich jetzt gleich ergeben ja das war schon gut ok ob ich diesen aufwand machen werde weiß ich noch nicht so können wir irgendwas was wieso nur eine weil nur eine ist gut ok ok da ist da was ich kann die ernten lassen was eigentlich so hat er schon dran ja mit der sichel na gut dann eben der sichel so ach genau jetzt gucke ich mir doch mal an hopfen 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 wann erntet man den nicht ok mhm schon krass dass mir das nie aufgefallen ist so ach gott ja hilfe die ernten die arme pferde das arme pferd wo ist es denn hallo ach da so und wie kann ich jetzt was kriegen die denn ne hab ich auch so gemacht ich hab ganz viele felder und hab die genau eingeteilt äh miken ist nur da drum ob es was zu ernten gibt aber inzwischen geht das wirklich von allein das klappt ganz gut so ähm pferd das ist genau die sache status kein essen ja kein essen normalerweise würde ich ja sagen hafer haben die nicht so einen druck wo ich einfach tierfutter eindingsen kann nein haben die nicht soll ich jetzt da ein bisschen tierfutter reinmachen ich weiß es nicht mhm könnt ihr mal probieren so einfach mal so zack ah ja das war's wohl gut so wo sind wir denn hier ach die werkstatt die arbeitet auch ordentlich da ist auch alles gut wo ist denn jetzt mein näherdings ich habe es jetzt da rein gemacht es hat dem wohl auch gereicht ach da oben ja gut super passt eine futterraufe jo so und jetzt schauen wir mal ob wo wir denn sattel alter schwede zimbarren das ist schlecht äh was also leder leder ist kein problem zimbarren muss ich erst holen gehen wolgan habe ich irgendwo noch leinengewebe habe ich auch noch irgendwo ich gucke da immer ganz gern selbst nochmal nach dann gehen wir jetzt mal in die mine weil die lauf das hier läuft ja alles ach ne bevor ich es vergesse ich gehe steuern zahlen steuern zahlen ist denke ich mal auch nicht so ohne bist du ja der ist am verkaufen super man denkt immer ja jetzt bin ich ja fast fertig und dann kommt nochmal mehr und nochmal was besonderes ich gehe jetzt erst mal bist du das nein bist du er da drin ja wie viel kriegst du er sagt es mir nicht oder stand es irgendwo ne klar das immer als allererstes ganz klar ich habe es einmal vergessen tatsächlich aber geld ist jetzt ja nicht so das große problem so ich gehe jetzt aber auf jeden fall mal zinn holen weil ich habe das zinn bis jetzt immer direkt zu ähm zu bronze gemacht also zinn das Kathleen sich ähm jen ich ich sage okay so jetzt hoffe ich mal dass nicht schon wieder banditentags über kommen oder noch mehr wölfe heiltränke habe ich jetzt genug ich gucke mal ganz kurz verwaltung ob ich sonst noch irgendwas fischer hätte was fehlt denn dir messer hatte so was fehlt ein werkzeug fischbär das ist doch nicht wahr warte mal fischbär wer macht denn den warte 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 ja gut also erst mal steinmesser können wir eigentlich sogar ein bisschen runter gehen und das ganze andere ganz im ernst eigentlich ist es quatsch so ich will dass du jetzt mal erstmal fischbäre machst so gut sonst noch was ja und ist nicht besetzt das weiß ich so jetzt hoffe ich mal dass der bär nicht schon wieder gespawnt ist ich mag bären nicht so gerne weil ja ich das tiere abschließen am anfang um es zu lernen super ich weiß gar nicht habe ich das überhaupt doch ich hab's richtig gemacht ja so ich komme so ein bisschen von oben falls ja ich bin mit dem bogen noch nicht so geschickt ich bin mit dem bogen noch nicht so geschickt ja komm dann stirb jetzt ach sag mal oh warum alter schwede ich mag das nicht das sieht mehr nach rotwein aus als nach blut so irgendwas gespawnt naja hier nicht ich weiß nicht warum ich so verpicht darauf bin das alles noch mal einzusammeln weil naja wenn wir was haben dann ist es kupfer und zeugs naja ich will nur aus interesse eine sache fertigkeiten nee was wollte ich gucken technologie das ist immer noch zu wenig vielleicht muss ich das mit dem stein wirklich machen sag mal ich muss gucken ich bin zu blöd 5 alles probiert außer der 5 es wird ich heiße ja gut das wird immer so plötzlich dunkel das ist so eklig ja ich mein geld ist in dem spiel ja relativ schnell kein problem mehr weil bloß so ja im ant grund bl 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 Weil das ist jetzt wirklich doch der letzte Teil. Den ich wirklich vollständig von Hand mache. Das reparieren. Diese besonderen Tonvorkommen abernten. Und halt eben das hier. Und das ist wirklich langwierig. Aber bei der Mine bin ich noch nicht. Leider. Ja, ja. Dann ruhe dich aus. Ist okay. Ich glaube, es wird ein bisschen besser. Die ist nicht mehr gut. Und das müssen wir nachher alles verkochen. Das geht gar nicht anders. Und ja. Geht es jetzt vielleicht ein bisschen besser mit der Ausdauer? Ja. Er ist ja gut. Ich habe alles dabei. Ich muss das. ich frage mich was ich noch alles bauen muss also alle zukünftigen häuser baue ich natürlich aus stein das ist ganz klar und kalkstein werde ich dann auch ein bisschen zum verputzen ich denke mal das ist der weg und dann vielleicht was das ist jetzt wirklich repetitiv deswegen bin ich ja so wild auf die auf die mine ja dann ruhe ich kurz aus ist okay und